Die heiße Wahlkampfphase hat begonnen. Jetzt kommt es darauf an, die Letzten davon zu überzeugen, dass sie zur Wahl gehen und dass sie die Linke wählen. Wir haben verschiedene Methoden, Infostände, Veranstaltungen, die oft auch gut besucht sind. Aber ein wichtiges Element ist der Haustürwahlkampf. Ich bin gerade hier im Stuttgarter Norden in einer großen Hochhaussiedlung und gehe hier von Wohnung zu Wohnung und spreche mit den Leuten und stelle mich ihnen vor als ihr Kandidat für die Bundestagswahl. Dabei finden viele interessante Gespräche statt. Die Leute geben uns, wenn es gut läuft, auch mit, was sie bewegt, was ihnen auf den Nägeln brennt. Und das sind häufig unsere Themen. Also zum Beispiel die steigenden Mieten, die Angst, ob sie die Miete später noch bezahlen können, dass sie in der Wohnung bleiben können und nicht im Alter noch aus der Wohnung rausgeworfen werden können oder die zu geringen Renten, wo einfach zu wenig übrig bleibt fürs Leben. Das sind genau die Themen, die die Linke besetzt. Eine Frau hat mir jetzt gesagt, man soll doch endlich die Leiharbeit abschaffen, da wäre sie dagegen. Sie hätte immer SPD gewählt, aber das wäre für sie überhaupt nicht in Ordnung. Und auch die Niedriglöhne wären für sie nicht in Ordnung. Also man merkt, die Leute bewegt oft das Gleiche wie das, was uns selber auch bewegt. Also jetzt alle raus auf die Straßen, auf die Plätze und in die Häuser gehen, mit den Leuten reden, zuhören. Die Leute schätzen es sehr, dass wir kommen und dass wir uns für sie interessieren. Das ist oft schon mehr wert als tausend Argumente, die wir ihnen entgegenbringen. Es macht im Übrigen auch Spaß, wir sind in einer ganzen Gruppe hier. Wir werden uns nachher treffen und unsere Erfahrungen austauschen und noch einen Kaffee zusammen trinken.